Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ein guter Moslem sein. Monat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen. Und ein anderes Leben kennenlernen. Unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich habe gehört, du willst nach Pakistan. Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Was Dummes habe ich noch nie gehört. Stay down! Mein Allah, gib mir Geduld und Kraft und beschütze mich. Ich weiß, dass du der beste Geschützer bist, wenn du bist der Allwichtigste. Ich arbeite für die amerikanische Regierung. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Ihnen gesagt, wie wichtig es ist, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Oh, ich sage Ihnen die Wahrheit! Ich kann mir einfach nichts gestehen. Sie sind ein stures, dummes Kind. Ich bin dumm, weil ich kein Terrorist bin? Das hier ist kein Spiel! Nicht für sich! Bring ich was zu trinken. Was ist mit dem? Er ist ein Freund von mir. Der sucht sich junge Typen, Versager wie Sie. Die bringt er in die Moschee und unterzieht sie nach Gehirn, Herr Schäfer. Verlauben, Herr Penner. Wie läuft's? Ich will ihn mit dem nächsten Flieger nach Berlin zurückschicken. Ja, das geht aber nicht. Sonst, wenn Sie es wollten. Heute lernen Sie, was Regeln sind. Eine Regel lautet, keine Haustiere. Ich will, dass Sie es töten und es mir dann bringen. Sie sehen dann bisher mitgenommen aus. Wie viele Tage, wie viele Tage. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Nicht mal ein Fetzen. Beweis Material.